Schöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Belenz. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Hinten irgendwo. Hierher geschwommen, um euch das zu ersparen. Und hier ist unser netter Hauptmann, der uns die Quest gegeben hatte, für die wir so weit weg mussten. Das hoffe ich, dass ich den auch... ...und ich kann ihn ansprechen, auch ohne, dass ich die Quest verfolge. Das ist gut. ...von einer Bande Scoia-Tel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Scoia-Tel, sagst du? Ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Hm, na. Irgendwie gefällt mir das jetzt doch nicht. Aber die haben... Die waren auch ganz schön aggressiv, die Lumpen. Also da konnten wir gar nicht viel dafür, aber es... ...das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich gerne gemacht habe. Das fühlt sich jetzt falsch an. Okay. Ähm, aber wir haben jetzt zwei Passierscheine. Ähm, das ist einer zu viel, quasi. Aber vielleicht finden wir noch irgendwas damit zu tun. Ähm, wir... Ja, wunderschön. Ja, mal sehen, ob wir das heute bis dahin schaffen. Ich würde mir heute mal das kleine Wäldchen hier vornehmen. Und... ...ja, vielleicht auch noch die beiden Ortschaften hier, damit wir zumindest so einen groben... ...so einen groben Überblick über die Region mal haben. ...und eventuell finden wir hier am Anschlagbrett noch was. Mal schauen. Na, da scheint nichts dabei gewesen zu sein, was der Geralt noch weiter interessant fand. Schauen wir kurz ins Inventar und lesen uns mal durch, was wir bekommen haben. Nichts haben wir bekommen. Alles klar. Gut, dann war's das schon wieder. Ich hatte gerade noch was von dem Skillpunkt gelesen. Jawoll. Den verteilen wir natürlich noch gerne. Ne. Oh, Moment. Den hatten wir doch schon verteilt. Warum ist denn der wieder aufgelöst? Haben wir da was vergessen zu übernehmen? Sowas Ärgerliches. Ich dachte, wir hätten das schon geskillt. Den aktiven Schild. Und den auch schon ausgerüstet hier. Puff. Ich glaube, dass wir auch gar nicht... Ah, kann das sein, dass wir danach gestorben waren? Und der Speicherstand, das nicht übernommen hatte, die Möglichkeit besteht. Was vielleicht nicht gerade für den Schild spricht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Vielleicht möchten wir den doch nicht haben. Wir hatten ja noch in dem allgemeinen Bereich, was hatten wir da noch geskillt? Die maximale Vitalität erhöht. Tauschen wir das mal damit aus. Ich glaube, das ist unterm Strich ein kleines bisschen sinnvoller. Irgendwie ist dieser aktive Schild. Ich habe den nicht so 100%ig durchschaut, glaube ich. Wir skillen den mal fertig und gucken uns den mal an, wie der dann in seinem fertigen Zustand ausschaut. Und ob der dann mehr kann. Gut. Ein redanischer Soldat. So was unverschämt ist. Jetzt will hier wirklich keiner meinen schönen Passierschein sehen. So was gemein ist. Oder wisst ihr einfach, dass ich einen habe. Und deswegen hält mich keiner auf. Wie ihr meint, Freunde. In dem Fall. Ich freue mich, dass ich hier Land gewinne. Hier gibt es irgendwie nicht so viel zu holen, hm? Aber am Ende sind die eh nur alle wieder stinkig auf mich, wenn ich hier zu viel Kram mobs. Aber hier ist Erz. Hm. Solange die das nicht sehen, hm? Nehmen wir das mal mit. Und dann geht es weiter. Ihr habt nicht das Geringste gesehen, Freunde. Achso, ja. Wir durften passieren. Also sprich, die hätten mich aufgehalten, hätte ich den Schein nicht gehabt. Ja, dann müssen wir Bescheid jetzt. Sehr, sehr gut. Okay. Wo möchten wir zuerst hin? In unserer schönen neuen Gegend hier. Hätten wir nicht einfach auch mit dem Boot hier vorbeischippern können? Irgendwie, das fühlt sich jetzt unnötig kompliziert an gerade. Ne, geil. Wir gehen mal zu der Markierung hier. 120 Fuß mit Schwung. Los. Schauen wir mal, was wir da so finden. Wahrscheinlich wieder ein Monsternest oder ein Ort der Macht oder Banditen kurz hinter der Grenze. Wir werden sehen. Auf jeden Fall irgendwas mit Gegnern. Necker. Neckerschlepperbauernfänger. Hochstufe 18. Ihr werdet auf einmal stärker, Freunde. Hast du Öhrchen an? Geht mal ab den Löffel jetzt. Damit das einer weniger ist von euch. Das ist ja lästig hier. Oh, ich wollte nicht antwenden. Ich wollte mich eigentlich schilden. Oh, nein, nein. Nicht zu viele, hallo? Okay. Also die Neckerchen. Einer nach dem anderen wäre mir am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Ja, so machen wir das weiter. Der nächste bitte. Heran an den Hexter. Los. Weiter so, Freunde. So macht das richtig Spaß mit euch. Wenn ihr schön einer nach dem anderen kommt, dann muss ich ja auch nicht viel befürchten. Das ist fein. Einer nach dem anderen habe ich gesagt. Nicht alle auf einmal. Nein, ich möchte irgendwie bitte. Oh. brennt ihr denn gut? Das wäre schon fein, wenn ihr gut brennen würdet. Wieso habt ihr denn da noch so schicke Öhrchen eigentlich? Das würde mich am meisten wundern. Ihr seht nicht aus wie die typischen Neckar, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, das waren jetzt echt zwei, drei. Und jetzt lässt die Musik wieder hoffen, dass das hier wieder angenehmer wird. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir alles aufsammeln, was die Neckar haben so fallen lassen. Oh, das waren echt eine Menge Neckar. So was aber auch. Oh, was haben wir hier? Oh. Verbesserung der Katzenschulenausrüstung. Alles klar. Das heißt, hier drin finden wir vermutlich wieder Hexerrüstungskram. Das fände ich gut. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte mir ein Schildchen geben, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber auch schon wieder duster hier drin. Wir könnten das wieder mit Katze versuchen, oder? Das hat ja wohl funktioniert. Lass es mal. Äh, Tränke, Katze. Das warst du, ne? Nein, du? Ja. Einmal schlucken, Geralt. Los. Oh, da hinten wo uns irgendwas spazieren. Ist uns das zu stark, oder geht das? Tollwütiger Fels-Troll. Aha. Mehr, du Lump. Aua, aua. Na gut. Brennen wirst du nicht sonderlich gut, ne? Wir würden es mal mit Art versuchen, tut dir das weh? Nö Oh, schon wird es wieder dunkler hier Okay, einer weniger! Aber der Neckar hat uns schon entdeckt und deswegen können wir noch nicht looten Oh, das hört mir jetzt echt ein bisschen zu lössig hier Fein Hallo Fein! Das dürfte jetzt wegen mir gewesen sein Jetzt können wir erstmal wieder blühen dann hier Zauberhaft Monster Ohr So, Geralt, dann such mal schön Ah, hier haben wir Smaragdstaub, Dunkelstahlplatte Das scheint zu irgendeiner Köst gehört zu haben, aber nicht zu meiner Schatzsuche Aber hier vielleicht Nein, auch nichts, hm Wir könnten hier mal ein Fäckelchen nehmen, das war hier, oder? Jawoll Aus damit Sehr schön Hier haben wir eine Illusion, oder? Oder ist das was zum Weckarten? Was zum Weckarten Katzen Silberschwert Wir haben es gefunden So War das jetzt alles hier drin? Wirklich? Ein klein wenig enttäuscht Das waren viele Gegner für so ein Silberschwert Ja, das scheint alles gewesen zu sein Die Höhle hat jetzt auch ihre Färbung verloren Na schön Ja, immerhin haben wir ein Katzensilberschwert gefunden Das ist ja nichts das verkehrteste Gut, dann weiter da lang Hätte ich mal gesagt Aber die Gegner werden hier schon merklich stärker Also das muss man sagen Was haben wir da drüben für Lumpen? Oh, das sind so Spinnengeviecher wieder, wa? Aber Stufe 9, die sind ein klein bisschen leichter zu ertragen Ah, wir haben hier zwei Nester Ja? Wir werden doch schon gut, oder? Fuego Ja, Feuer ist gar nicht so verkehrt gegen die Lumpen. Dann zünden wir mal euren Nest an. Ich bin ja da bei Geralt. Oh, jetzt müssen wir wirklich erst hier meditieren, damit wir wieder Bomben haben. Na, super. Was ist so ein Stündchen, hä? Wird wahrscheinlich wieder Gegner um uns rum haben? Oder nicht? Nein. Okay, also weg damit. Dabei plündern wir mal die ganzen Leichen, die hier so rumliegen. Jawohl, Mutagene gibt es hier en masse. Das muss man sagen, wie es ist. Die haben eine Rune da reingeschleppt, die Lumpen. Schau mal, na guck. Ah, da hinten ist nochmal so ein Nest gewesen, hä? Also dann weiter, auf zum Nest. Erst mal ein Schildchen, während ich noch Out of Combat bin. Und dann können wir auch gleich hier rein starten mit Feuer. Aber natürlich, Gegner. So machen wir es. Oh, nochmal eine. Oh, du bist größer, hä? Das hat dir jetzt auch nicht so gut getan, dass du neben der Explosion gestanden bist. Aua, aua. Die Giften tust du mich auch noch, du Lump. Das gibt es ja nicht. Du lästiges Vieh. So, war es das jetzt. Rauf. Hier nehmen wir einen Schluck Wasser. Gegen die Schmerzen. Schön, dann war es das wohl auch schon wieder. Das ging schnell hier in dem Wald. Oder wäre ein Händler abseits. Und vielleicht ist da auch ein Reisepunkt. Das könnten wir mal testen. Und ansonsten könnten wir uns mal vielleicht hier drüben umschauen. Also, ich würde mal hierher einen Marker setzen und mal grob in diese Richtung marschieren. Los, Gerald! Ein Sauwetter haben wir aber gerade. Das muss man schon sagen. Wir sagen, wir nehmen jetzt was anderes. So, was haben wir hier? Neue Markierung. So, wie ich das gern habe. Wunderschön. Hatte ich gerade hier was gefunkt? Ich hätte gedacht, dass hier was gefunkt hat. Okay, also irgendwo war doch hier gerade noch so ein Händler. Ach, der ist hier oben. Na schön, dann gehen wir doch mal nach da oben. So, planlos unterwegs in Novigrad. Der arme Gerald. So, mein lieber Kaufmann. Hast du was Schönes für mich? Du hast auf jeden Fall wieder eine schicke Brille an. Das muss man dir lassen. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Bitte, bitte. Ja, okay. Hauptsächlich Klamotten, die uns nichts bringen. Schlemata, die irgendwie sowieso unterwegs zu finden sind. Temperatur-Kids nehmen wir gerne mit. Aber ich glaube, das war es auch schon wieder an nützlichem Kram. Was nimmst du uns denn an unnützem Kram ab? Okay, das ist ein teures Schwert. Sapperlott. Gönn dir. Därst du haben. Die Sachen werden jetzt eigentlich mal so ein bisschen teurer, habe ich so das Gefühl. Das muss man schon sagen, wie es ist. Oh, wann haben wir das denn gefunden? Und warum haben wir das nicht schon lange an? Ich glaube, wir müssen demnächst mal unsere Waffen überdenken. Okay, aber dann nimmst du das da noch und das da noch und das da. Das ist ja schön. Gönn dir, mein Freund. Oh, jetzt bist du pleite. Ärgerlich. Egal, aber du hast mir einiges an Kramfeld abgenommen. Das ist sehr löblich von dir. Schön. Bis dann. Bis dann. Oh, und du hast auch hier so eine Schmiede, so eine Waffen, so einen Wetzstein, nenne ich es mal. Aber leider nur für Waffen, nicht für Rüstungen. Dafür hat das Geld wohl nicht mehr gereicht. Na schön. Ja, dann würde ich sagen, dann sparen wir uns das hier drüben erst mal auf und machen hier vielleicht eine Abstecher Richtung Insel. Nehmen den Ort noch mit. Und gehen dann Richtung Novigrad. Ich glaube, das wäre für heute so eine ganz gute Agenda. Los geht's, geh rein. Ich hoffe ja, dass wir da... Ach ja, wir wollten ja eigentlich noch die Waffen anschauen, ne? Die wir noch so hatten. Lass mal sehen, was du so hast. Ein Silberschwert, das besser ist. Mit Chance auf Bluten und Chance auf Verstümmeln. Und wir haben halt prinzipiell relativ viel mehr so Intensitätenkram. Aber weder Axie noch Art benutzen wir halt wirklich häufig. Ich glaube, ich wechsle, glaube ich, zu dem hier. Warum nicht? Und was haben wir? Schönes an Huhlensteinen, die wir benutzen könnten. 5% Chance auf Betäuben machen wir auf jeden Fall mal drauf. Und ich hätte aber lieber jetzt noch irgendwas mit Chance... Äh... Hier ist nochmal Betäuben, warum nicht? So auf Einfrieren oder sowas vielleicht. Oh, nochmal Betäuben. 5, 3 und 2, warum nicht? Okay. Und dann haben wir noch eine Stahlwaffe, die besser ist als die, die wir aktuell tragen. Ach ja, das war die, die hatten wir ja schon gefunden vor einiger Zeit. Die hat weniger Chance auf Verbrennen und Co. Aber dafür mehr Chance auf... Äh, dafür mehr Schaden. Und da hatten wir, glaube ich, gesagt, der Unterschied ist zu gering, als dass wir da jetzt viel Aufwand investieren. Lassen wir das also. Und ich glaube, sonst sind wir bestens ausgestattet. Wunderschön. Gut. Dann mal auf da runter, bitte. Wir nehmen das Boot zur Insel, hätte ich gesagt. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg schwimmen. Da kommst du jetzt nicht hoch, geh rein. Wirklich nicht. Geht das nicht? Oh, Mäuschen. Okay. Auf zu neuen Ufern. Los, Gerald. Mehr Schub. Also. Gut, dass es ist erkrunkene im Wasser, habe ich so das Gefühl. Böses Lumpenpack. Lasst mich in Frieden. Gut, dass ich das Boot genommen habe. Oh, und was seid ihr für Gestalten da? Am Wasser? Ertrunken. Ja, bei welchen Levels? More Nixer. Stufe 15. Ja, mit euch könnten wir mal versuchen, uns anzulegen, hä? Oh, nein. Anzünden wollte ich hier nichts. Das ist falsch gelaufen. Oh, ihr haut mir aber auf die Nase, Freunde. Nicht mal zu knapp, ha? Lass das mal, Freunde. Oh, ihr seid viele und nerviger. Aber, Gott sei Dank, haben wir euch zauber dezimiert jetzt. Gleich mal das neue Schwert ausprobieren hier. Das ist ja klasse. Du hast nichts fallen lassen. Sehr schade von dir. Und hier haben wir einen bewachten oder einen versteckten Schatz. Wie war das nochmal? Versteckter Schatz, glaube ich, oder? Na, aber so versteckt es denn nicht? Aha. Da ist wieder ein Brief und der zeigt mir wieder, wo der Schatz ist. Aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Woche verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo. Keine Zeugen. Wenn dich jemand mehr merkt, erst töten, dann Fragen stellen. Irgendwas sagt mir ja, dass du es nicht geschafft hast. Danke dafür. Hier haben wir noch was. Oh, und da unten ist noch ein Kistchen. Schauen wir doch mal. Na gut. Der Taubgang hat sich rentiert hier. Haben wir sonst noch Krimskrams, den wir finden können? Ich glaube nicht mehr, oder? Das sind alles nur Fässer hier. Nein, ich glaube, das war es hier. Auch wenn die Kiste noch ein Nehmen-Symbol hat, aber... Da ist nichts mehr zu holen. Na schön. Dann steigen wir wieder in unser Bötchen und fahren wieder da vorne, hätte ich gesagt. Guck. Aber dann kannst du dich wenigstens ins Boot ziehen, wenn du schon nicht auf den Steg kamst. Gut. Dann einmal drehen, bitte, Gerald. Dankeschön. Wo wollen wir denn sonst noch so hin? Wir können ja vielleicht mit dem Boot auch gleich in die richtige Richtung loschippern. Diese Richtung würde mir gefallen. Spannend ist gleich ein bisschen Laufweg. Im besten Fall. Also wir kommen den Hügel nicht hoch, das wäre ärgerlich. Also auf jeden Fall irgendeine Art von kaputtem Schiff hier. Los, lass das Steuer los, Gerald. Nee, doch nicht so jetzt. Das ist eigentlich so eine Zicke. Du bist brav. Gut, macht seinen Körper an mir wurscht. Aber hier ist nicht viel zu holen, wie es scheint. Ich glaube, ich habe da oben gerade den Gegner gesehen, als ich noch auf dem Boot saß. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Es kann auch sein, dass ich einfach nur das Häuschen hier gesehen habe und es für den Gegner gehalten habe. Was ist das denn für ein Häuschen hier? Schön wäre es, wenn wir hier oben noch irgendwas tolles finden würden. Kisten. Schau mal nach Guck. Gekauft. Schön. Dann mal weiter. Wir wollten eigentlich zu unserem 50 Fuß entfernten, äh, Weiseziel. Ein Banditenlager. Ohne Banditen, wie es scheint. Freunde, wo seid ihr denn? Ihr müsst das schon bewachen, wenn ihr schon hier so ein Lager aufschlagt. Der hat wohl keine Lust, sich das mit mir anzulegen. Wir sind gerade beschäftigt und irgendwo anders unterwegs. Die würden sich wundern, wenn sie zurückkommen, weil alles weg ist. Oder oben ist noch ein Händler oder ist das derselbe, bei dem wir vorher waren? Ist das ein reisender Händler? Hier ist er nämlich nicht mehr angezeigt. Schauen wir mal. Der liegt eh auf dem Weg. Das passt gut. Eine Allraunenwurzel. Oh, wir haben neue Blümchen hier, die wir vielleicht gebrauchen können, ha? Gut, aber auch die alten wieder. Vielleicht nicht hier das einzelne Wert aufzusammeln. Was haben wir hier für eine schöne Mühle? Gibt es hier was Spannendes? Sind die Banditen vielleicht hier? Hallo. Ah, das ist eine Kiste. Fell des Weißen Wolfs. Also mein Fell quasi, oder wie? Noch eine Kiste. Da kannst du jetzt nicht drumherum hüpfen. Ja, geht das nicht. Bist du betrunken, Gerald? Hast du schon wieder zu viel gesoffen, bevor wir hier reingegangen sind? Na schön. Also das war nicht so lohnenswert. Aber wir haben einen neuen Wegpunkt. Ah, und scheinbar ist es wirklich ein reisender Händler, weil hier... Oh, was bist du? Honig-Wabel. Hm. Hier steht er jetzt wohl nicht mehr, der Lumpy. Aber hier gibt es eine Menge Honig abzusammeln. Hm. Irgendein Imker war wohl hier. Ja, der reist tatsächlich. Der Händler. Also ihm nach. Mit Schwung. Das ist ein Zwerg. Bist du der Imker? Du hast offenbar nichts dagegen, wenn ich deinen Honig nehme. Na gut. Händler. Juchu. Ich hoffe, du bist nicht der von vorher, weil der war sehr pleite. Oh nein, ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte mit dir reden. Entschuldigung. Du hast zumindest dieselbe Brille. Ich werde sehen. Oh, du hast zumindest ein bisschen Geld. Alles klar. Hab nichts gesagt. Du bekommst meinen Krempel. Diesen Krempel. Und diesen Krempel. Und Vielleicht lieber den günstigeren Krempel. Da kannst du mir mehr davon abnehmen, oder? Das kostet nur 11, 10. Oder wäre eine Rune drin gewesen, ne? Schade. Äh, 6 kannst du haben. 8 kannst du haben. 11 kannst du haben. Ja, so wird das Inventar schnell leer. Das ist gut. 10, bitte schön. Ja, das kannst du dir nicht mehr leisten. Na gut. Aber, ein bisschen was bin ich los geworden. Ist fein. Ich glaube, die haben echt... Ne, der hat das gut funktioniert bisher. Geistblatt. Oh, pass auf. Geistblatt. Hm. So, wir scheinen endlich in Novigrad City angekommen zu sein hier. Ja, Novigrad gekommen. Wir schauen, was uns hier alles erwartet. Meine Kühe geben saure Milch. Katze treibt für den Natten. Meine Schweine kriegt sie ganz... Eine Menge Zwerge sind auf jeden Fall unterwegs hier. Wir könnten ja erstmal uns hier die Quest abholen. Und dem Anschlagbrett. Das würde, glaube ich, nicht schaden. Und dann mal sehen, was wir hier so vor den Toren vielleicht noch zu erledigen haben. Bevor wir die gute Triss besuchen. Die mischtes Volk hier. Haus zu verkaufen. Saisonarbeiter gesucht. Naja. Okay. Dann lesen wir mal den Krempel oder lassen Geralt den Krempel lesen. Ihr dürft natürlich auch. Wie gesagt, pausiert euch das Spiel an der Stelle, wenn ihr mögt. Lest euch das in Ruhe durch. Aber ich habe beschlossen, dass ich Geralt die... Die Arbeit überlasse zu lesen. Sprich mit der Witwe. Das können wir uns direkt mal markieren, hätte ich gesagt. Dann haben wir die nächste Quest. Hier drüben. Oh, das bietet sich an. Da ist die nächste Anschlagtafel. Sehr schön. Oh, bei der Herr des Waldes. Das ist eine sehr hochlevelige Quest. Ich weiß ja nicht, ob ich die annehmen möchte. Quests bitte. Schau dich in die Umgebung um. Das ist jedenfalls eine Quest eher in unserer Kragenweite. In welcher Gegend sollen wir uns umschauen? In der ganzen Gegend? Oh, hier unten. Das ist ja komplett abseits. War das noch eine Quest von Ochsenfurt? Ich dachte, das wäre Novi gerade drangestanden. Na gut. Lass uns erstmal hierher wandern. Da war nämlich diese Quest mit der Witwe. Hätte ich gesagt. Schauen wir da mal vorbei. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Miko und seine Bande. Miko und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle. Alle Saufköpfe und Haugenichtze. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker machte. Clevere Idee. Wow. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Okay, also wir gehen die nicht vögeln. Die weiße Dame sucht eure Felder heim. Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingenistet. Und, wirst du uns vor ihr beschützen? Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Sie schaut halt auch schon so traurig, ne? Aber wir machen das wie immer. Wir setzen erstmal bei der Hälfte ungefähr an. Gucken mal, was sie sagt. Minimal verstimmt. Komm mir entgegen. Dann könnten wir uns einigen. Okay. So wenig verstimmt, wie du bist, gehen wir in fünfer Schritten nach unten. Das ist zu viel. Ja, bla, bla, bla. Oh, das ist zu viel. Okay. Jetzt bist du aber ganz schön knackiger Verhandlungspartner. Na, alles klar. Das kann ich noch drauflegen. 25 Kronen sind besser als nix. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko. Alles klar. Die Straßen sind nicht mehr sicher. 30 Fuß. Ja, okay, die kriegen wir hin. Da war ein Mann vom Hacker. Alles klar. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ich lasse mich doch in Ruhe. Ich rede nicht mal mit dir. Du interessierst mich nicht im Geringsten, mein Freund. So, bevor wir gleich wieder auf die Nase bekommen, schilden wir uns erstmal. Da ist ja der wache Mikko. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat. Es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Eine Mittagserscheinung. Aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit vier Leichen gerechnet. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen. In Panik. Na dann. Schauen wir mal, ob wir den wieder finden, denjenigen. Da lang ist er gelaufen, der Lumpy. Ich sollte den Turm untersuchen. Na dann. Rinnen. Die Blutspur führt zum Keller. Bist du dir sicher, da hinten liegt was Totes? Das ist ein Hund. Ich höre doch gejammer von da unten. So, Maiskin, wo bist du? Hallo. Ein Ghoul. Weg damit. So, was haben wir hier Schönes? Ghoul haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Das deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. So viel Krempel. Und Schnaps. Ganz wichtig. Okay, dann finden wir was, was ihr gehört habt. Und dann geht es. Wir gehen jetzt davon aus, dass diese Dame mehr darüber weiß, wer das war. Pfeilgründel. Schauen wir mal, ob die mehr weiß. So, liebe Helma. Sag Bescheid, wenn du was weißt. Zufällig weiß sie was. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Lucy rannte vom Altar auf die Felder. Und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Die wilde Lucy. Lucys Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn. Aber töte Lucy. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Wir haben gerade den Silberdolch als Bezahlung bekommen. Also, wir könnten jetzt doch einfach gehen. Ne, so sind wir nicht. Wir sind ein tüchtiger Geralt. Wir werden jetzt einen Dolch ins Feuer werfen. Was auch immer wir uns davon versprechen. Vielleicht ist das ganz besonderes Silber, das leicht brennbar ist oder so. So, rin ins Feuer. Ich bin schon wieder darauf eingefallen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, mein Öl zu benutzen und hier Pränke zu nehmen. Hallo. Schön, dass du da bist. Lucy. Fau dich an. Können wir das jetzt noch schnell machen? Geht das? Äh. Was muss ich da nochmal machen? Verfluchte, oder? Lass uns erstmal kurz ins Bestiarium schauen. Geister. Die weiße Dame. Gegen die hilft. Mondstaub. Haben wir glaube ich noch nicht. Geisteröl. Alles klar. Inventar Geisteröl. Geh. Kauft. So, haben wir denn inzwischen Mondstaub? Ja, haben wir. Ich bin begeistert. Machen wir das hier her. Und was könnten wir uns noch für einen Absolut ins Gesicht schmeißen? Der wird nicht viel bringen, gerade. Den könnten wir nehmen für erhöhte Schadensresistenz. Kauen wir uns den ins Gesicht. Und dann vielleicht noch so ein kleines bisschen. Wir haben ja Donner hierher gezogen. Können wir den Donner uns noch ins Gesicht hauen? Oh ja, dann muss ich dich jetzt wieder irrten, oder? So was lässt sich jetzt schon wieder hin. Oh ja, dann muss ich dich jetzt wieder hin. Komm, bin im Kreis. Immer mal wieder abgehauen, oder was? Ne. Doch. Weg mit dir. Na also. Oh, ein neues Schwert. Schau mal, na guck. Und eine neue Trophäe. Kann das Schwert was? Nein, das ist nicht so krass. Sehr schade, hätte mich gefreut. Und die neue Trophäe, die wir da jetzt bekommen haben, kann die was? Ein Rennsattel, was haben wir denn? Ach, wir haben schon einen Rennsattel, na gut. Schön, schön. Ähm. Chance auf Verstümmeln, Chance auf Verstümmeln. Bonus-Erfahrung, Bonus-Erfahrung. Bonus-Gold. Schau mal, da guck. Machen wir mal die Bonus-Erfahrung. Warum nicht? Okay. Dann, ähm, war's das mit der Mittagserscheinung. Und wir können uns, äh, bei der guten Helma melden und sagen, wie tüchtig wir waren. Die wird jetzt schon nicht getürmt in der Zwischenzeit. Helma, juhu. Geil gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir heute sein. Sehr, sehr gut. Auf einmal so unverschämt, Zappalott. Na schön. Aber ich glaube, das hat sich jetzt für heute wieder rentiert. Wir können hier wieder einen ganz guten Break machen. Nein, ich will immer noch nicht das Schiff nach Skellige finden. Also sowas doof ist, dass immer diese Quest wieder in den Mittelpunkt rückt. Wir haben aber... Ja, diese Nebenquest halt noch. Aber die muss, glaube ich, warten. Hier haben wir auch nur so hochleveligen Kram. Die Schatzsuchen, die machen wir nebenbei. Oh, das haben wir leider verpasst, dass es da noch mehr zu finden gab. Sowas ärgerlich ist. Da müssen wir fast nochmal hin. Aber nicht mehr heute. Für heute mache ich an der Stelle wieder ein kleines Päuschen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Gameplay-Videos sehen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.